So, hey Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei Maxim Zockt Slots. Heute darf ich euch mal wieder in meinem Lieblingscasino begrüßen. Wie immer, erster Link in der Beschreibung. Und heute haben wir 300 Euro mal oben, um damit mal den ganz neuen Slot Five Families zu probieren. Ja gut, was heißt ganz neu? Ich glaube eine Woche oder zwei Wochen ist er schon draußen. Aber trotzdem ist er noch bei den neuen Slots gelistet auf jeden Fall. Und der Slot, der kann richtig gut zahlen, habe ich mir sagen lassen. Dann schauen wir mal nur für Mitglieder, ja komm. Komm, Digga, das bläst mir hier total weg, der Sound. Bruder, warum macht der gleich so laut? Wir machen 2 Euro Einsatz, 100 Autospins erstmal, let's go. Warum ist der Slot so laut? Hat sich den denn ausgedacht, den so laut zu machen? Lass mal mir kurz ein bisschen leiser drehen. Also, bei dem Slot, um hier in die Freispiele zu kommen, braucht man 5 Gewinne hintereinander. Wir haben gerade schon 2 Stück. Komm, noch ein dritter. Ihr seht es hier oben an den Patronen. Wenn da 5 Patronen drin sind, hatten wir 5 Gewinne hintereinander und dann sind wir drin in den Freispielen. Ja, mehr muss man zu dem Slot nicht wissen und der kann richtig zahlen, weil in den Freispielen muss man 5 mal hintereinander verlieren. Dann sind die erst zu Ende. Solange man immer innerhalb von 5 Spins mal ein Hit hat, verlängern die sich automatisch weiter. Versteht ihr? Erst wenn man mal 5 Spins lang keinen einzigen Win hatte, ist man da raus. Gut, schauen wir mal. Das wird natürlich jetzt auch schwierig, 5 Gewinne hintereinander zu bekommen, um erstmal reinzukommen. Das wird auch schon eine schwierige Nummer. Boah, ich hoffe, wir können das schaffen. Wenn ihr eure Slots mal sehen wollt, gerne ab damit in die Kommentare. Dann schaue ich mal für das nächste Video, was ihr mir da so vorschlagt und dann zocken wir da ein paar Slots davon. Und ihr wisst Bescheid, wenn euch das Ganze hier gefällt, gerne ein Like oder ein Abo dalassen. Würde mich mega freuen, wenn ihr hier die nächsten Videos auch wieder am Start seid. Wollen wir mal schauen, wie es jetzt hier in dem Video läuft. Ob der Slot diesmal ein bisschen anders tickt oder ob er so tickt wie beim letzten Mal. Gut, 2 Gewinne haben wir schon. Jetzt, alle guten Dinge sind 3 schon mal. Jawohl, fehlen noch 2. Dann sind wir drinnen. Ja, einer noch, bitte. Ein letzter. Jawohl, wir sind schon drinnen. Alter, innerhalb von 45 Euro. Wie geil ist das denn? Geile Nummer. Lass mich rein in den VIP-Saal. Wie geil ist das denn? Oh Mann, ich liebe den Slot. Der ist richtig geil gemacht. Alle Symbole zahlen nun 5x aus. Geil, 5er Multi auf alle Symbole. Das schmeckt natürlich. Hierin liegt das Potenzial. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht so schnell wieder rausgeschmissen werden. 3, 2, 1, auf geht's. Okay, doch, war schon Gewinn. Full Line, Geldkoffer. Zahlt schon mal 25 Euro. Gut. Da ich bloß auf 2 Euro Einsatz spiele. Gut, gut, gut. Wir brauchen natürlich die Mafiosen. Die zahlen ja die 5x. So, habt ihr gemerkt, es war gerade eine Patrone weg. Schon kommt wieder ein Win rein. Und schon füllt sich das Ganze wieder. Und hier, der Dicke wird bestimmt am besten zahlen. Der Boss. So, es waren jetzt schon 2 Gewinne nicht. Gut, gut, gut. Oh. Gucken. Wie viel? 40. Nice. Let's go, Alter. So, wie viel haben wir schon? Steht das irgendwo? Wie viel wir schon insgesamt haben? Ne, ne? Steht nirgends wo. Ich sehe es gerade jedenfalls nicht. Der macht aber immer nur von den kleinen Symbolen. Kann er jetzt mal hier nicht? Ja. Ach, ein Dreier. Wie viel zahlt hier der Dreier? Ey, 20 Euro allein für den Typen dreimal. Das ist schon top. Ne Fullline zahlt bestimmt 100, 200. Hm, komm schon. Oh. Haben bloß noch 2 Versuche. Oh, oh. Jetzt muss er was zahlen. Sollst du mal raus? Ist das eine Linie? Oh. Huh. Glück gehabt. Vierer von dem Typen. Ja, Alter. 30 Euro. Schmeckt, schmeckt, schmeckt. Ey, der macht ja mega viel Spaß, der Slot. Will bloß mal noch einen größeren Gewinn haben. Das fehlt mir bis jetzt noch so ein bisschen. Wann kommt hier endlich der Win, der mich hier aus den Socken haut? Der mich vom Stuhl fallen lässt. Das Vollbild. Ein Vollbild will ich sehen. Ist unglaublich, der Slot. Also probiert den einfach mal aus, Freunde. Probiert den einfach mal aus. Wer lange Freispiele liebt, der ist hier genau richtig. Der ist hier genau richtig. Und bei dem Casino bekommt ihr einen 100% Non-Sticky-Bonus und 50 Freispiele noch exklusiv oben drauf über den ersten Link in der Beschreibung. Da kommt ihr direkt zu meinen ganzen Lieblings-Casinos. Und dann gleich das erste, ihr seht es hier schon oben, Netbet. Da klickt ihr drauf auf jetzt spielen und dann kommt ihr da hin. Und erhaltet halt den Vorteils-Bonus. So, wo bleibt jetzt hier noch mein Big Win? Wir sind aber trotzdem schon. Jawohl. Ah, bloß nur drei allein. Wir sind trotzdem schon 70 Euro im Plus. Also kein Grund zur Panik. Kann ja gerne so weitergehen. Aber auch die Musik und so ist wirklich geil gemacht. Das Lot kann man nicht meckern. So, jetzt sind wir schon über 100 Euro im Plus. Kann ich fast schon wieder aufhören, Alter. Das dauert hier so lange, die Spins. Unglaublich. Komm, jawohl, eine Full-Line. Wie viel zahlt der auf Full? Ein Fufi, komm. Ein Fufi ist das bestimmt safe, oder? Ah ja. Ah ja, Alter. 80, 90, 100. In Huni für eine Full-Line. Wie geil ist das denn? Bester Mann, Alter. Bester Mann. Wäre beinahe schon eingeschlafen hier. Aber sehr gut. Jetzt sind wir schon 200 Euro im Plus. Das ist natürlich super. Mal gucken, ob wir den noch hochkriegen auf 600 Euro Guthaben. Habe ich schon meine Einzahlung verdoppelt. Von 300 auf 600. Mit dem einen Slot innerhalb von 10 Minuten. Wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Jawohl, jawohl, jawohl. Sehr gut. Das sind 2 mal 4. 24. Wir sind bei 580. Wir schaffen doch die 600. Easy. Auf jeden Fall. Wir waren bei 250 oder so. Genau. 250 und sind jetzt gleich bei 600. Heißt, über 350 gewonnen. Junge, was ist das für ein Slot, den die hier rausgebracht haben? Also mir macht er mega Spaß. Mir macht er mega Spaß. Er muss am Ende ja selber wissen, was er gerne zockt oder was nicht. Aber meine Empfehlung kriegt er auf jeden Fall. Gerne mal ausprobieren hier in dem Casino. Oh, eine Kugel noch. Jetzt muss was kommen. Jawohl, ey. Ey, der hört nicht auf. Der hört nicht auf. Und wir haben genau 599. 599 direkt oben. Wie lange soll das jetzt noch gehen? Ich dachte hier... Junge, ich nehme jetzt hier schon 12 Minuten auf. Nochmal 60 Euro. Gut, kann gern so weitergehen. Kann gern so weitergehen. Schönes Ding. Machen wir noch die 700 am besten gleich mit voll. Kann man immer denken so. Fast jeden Spin kriegst du ja einen Döner bezahlt von dem Game. So muss man rechnen. So muss man rechnen. Zack. Nächster. Oh. Vierer. Zwei Vierer. Sind also wahrscheinlich 50 Euro oder so. Mal gucken. Jawoll. Jawoll. 70. 80. 90. 100. Alter. Das sind bloß Vierer. Das ist nicht mal eine Fullline. 150. Geiles Ding, Alter. Geiles Ding. Wenn wir gerade vom Döner reden. Wir sind bei 820. Schon über 500 Euro im Plus. Weiter geht's. Weiter geht's. Also das Casino ist nicht ohne Grund mein Lieblingscasino. Alleine nicht nur wegen dem Gewinn. Auch weil die hier so einen geilen 90-G-Einzahlungsbonus haben. Dann bekommt ihr jeden Freitag nochmal einen 50% Einzahlungsbonus. Die haben während ihr zockt damit ja Punkte, die ihr im Shop bei denen ausgeben könnt. Da kriegt ihr dann Freispiele oder Bonusguthaben, richtiges Guthaben, Tickets für Gewinnziehungen. Also das ist sozusagen eine kleine Art von Cashback, die ihr da bekommt. In Form von diesen Punkten. Und jeden Tag haben die eine andere Aktion am Start. Montag kriegt ihr auf eure Einzahlungen extra Punkte für den Shop. Jeden Sonntag gibt's kostenlos Freispiele für alle. Also geiles Casino, was die hier alles machen für die Spieler. Oh, sind wir jetzt raus? Wir sind raus! 800 Euro. 500 Euro plus gemacht. Geiler Slot. Geiler Slot. Ich würde sagen, ich beende jetzt an dieser Stelle schon wieder das Video. Weil das geht jetzt schon lang genug. Kranker Slot. Also unbedingt mal ausprobieren. Hat mega viel Spaß gemacht. Wenn wir gerade noch von Gewinnen reden. Diesen Monat könnt ihr bei mir noch 2000 Euro gewinnen. Also insgesamt. Ich habe ein 2000 Euro Gewinnspiel am Laufen. Hier wird das Ganze nochmal kurz eingeblendet. Wenn ihr da mitmachen wollt, zweiter Link in der Beschreibung. Auch gerne mitmachen. Ganzen September. Habt ihr dafür noch Zeit, Freunde? Lest am besten die Teilnahmebedingungen. Ganz easy verständlich geschrieben. Ich würde sagen, ich bin raus für heute. Also, ja. Geiler Slot einfach nur. Hat Spaß gemacht. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare, was für einen Slot ihr mal sehen wollt. Ich wünsche euch viel Glück beim Zocken. Ich bin raus. Macht's gut, Leute. Ciao.